Willkommen zurück zur Online-Business-Analyse. Mein Name ist Kim und wenn dir das Video gefällt, dann lasst uns doch gerne ein Like da. Bist du das erste Mal auf dem Kanal, dann vergesst nicht, den Kanal zu subscriben und die Glocke zu aktivieren, damit du in Zukunft auch keine Videos verpasst. Heute in der Online-Business-Analyse Kat Norton aka Miss Excel und wie sie mithilfe von TikTok und Instagram teilweise über 100.000 Dollar am Tag verdienen, und zwar durch den Verkauf von Videokursen über Microsoft Excel und das überwiegend ohne komplizierte Funnel. Ja, sechsstellige monatliche Umsätze mit Microsoft Excel und das teilweise sogar an einem einzigen Tag, das hat Kat Norton aka Miss Excel geschafft und wer sie eigentlich ist und wie sie das macht, das schauen wir uns heute mal ein bisschen genauer an. Ja, Miss Excel, iMac Excel Fun, das ist ihr Motto und sie erklärt Excel auf kreative und witzige Art und Weise, nutzt dafür TikTok und Instagram als ihre Plattform und ja, sie macht damit eine ganze Menge Geld. Reichweite, das ist einer ihrer großen Schlüssel für ihren Erfolg, denn sie hat wirklich eine ganze, ganze Menge davon, 752.000 Follower auf TikTok, 586.000 Follower auf Instagram, 37 Millionen Views auf TikTok und ihr Erfolgsgeheimnis ist Musik, denn sie benutzt bestimmte Songs und ja, die trenden und gehen viral. Ja, und sie macht sich den Algorithmus von TikTok zunutze, denn dieser spielt Nutzern Videos mit Musik, zu denen sie bereits andere Videos gesehen habt, besonders gerne aus. Ja, Geld, Geld verdient sie mit Online-Kursen und zwar sind ihre Produkte Online-Kurse zu natürlich Microsoft Excel, aber auch zu allen anderen Microsoft Office Produkten wie PowerPoint, Word oder OneNote, Teams und auch Google Suite Produkten. Ja, das ist kreativ und witzig, Excel zu lernen und halt dafür zu sorgen, dass die Leute sich dabei einfach gut fühlen und es halt nicht so ein trockenes, langweiliges Thema ist, wie viele sich das vermutlich vorstellen. Ein Kurs hat dabei meistens oder in der Regel einen Umfang von circa 100 Videos. Preislich ist das Ganze für einen Kurs bei 297 Dollar angesiedelt und das ganze Bundle für die Microsoft Office Produkte gibt es für 997 Dollar. Interessant dabei auch, dass sie wirklich alles selber macht, also schon so eine Art Solopreneurin ist. Umsatz haben wir im T-T-Test schon kurz drüber gesprochen, Dollar-Dollar-Dollar-Bills. Davon gibt es, wie gesagt, reichlich sechsstellige Umsätze im Monat, teilweise sechsstellig sogar an einem Tag, also sogenannte Umsatzspitzen. Wie sie die erreicht, da komme ich gleich nochmal ein bisschen detaillierter zu. Ja, wurde mittlerweile sogar von Microsoft so einer Most Valuable Professional ausgezeichnet. Also da klingelt wahrscheinlich auch bei Microsoft ganz gut die krasse. Ja, Funnel, wie verkauft sie ihre Kurse? Also eigentlich relativ simpel das Ganze. Sie nutzt nämlich hauptsächlich ihre organische Reichweite, also die von TikTok und Instagram. Hat dort ihren Linktree verlinkt, also dort direkt halt den eigenen Shop verlinkt, wo sie dann halt auch direkt in den Verkauf geht. Dazu hat sie noch ein kleines, simples Freebie. Also hier Get My Free Functions Guide ist, ja, letztendlich ist es ein einseitiges PDF nochmal mit 31 Funktionen, wie du dann Effizienz in Excel steigern kannst, um so halt auch nochmal die E-Mail-Adressen der Leute einzusammeln. Zusätzlich hat sie auch mittlerweile nicht nur, dass sie auf organische Reichweite setzt, sondern hat auch eine Agentur beauftragt, die Facebook, Instagram-Ads schaltet und auch auf LinkedIn. Ja, gerade schon mal kurz angesprochen, die sogenannten Umsatzspitzen, die erreicht sie nämlich durch einen Webinar-Funnel. Und zwar den Friday Funday with Miss Excel. Dort gibt es jeden Freitag eine Stunde gratis Webinar, gibt es gehostet auf Webinar-Gem, eine Stunde Hacks zu Microsoft Excel und natürlich, was nicht fehlen darf, am Ende des Webinars gibt es einen Call-to-Action mit einem Deal für ihre Online-Kurse, also Rabattcodes etc. Das Ganze bringt ihr tatsächlich teilweise am Tag sechsstellige Umsätze. Ja, was kannst du für dich mitnehmen? Die Takeaways, wie du siehst, manchmal braucht es wirklich gar nicht viel, um ein Millionen Business auf die Beine zu stellen. Also in diesem Fall tatsächlich einfach nur Kenntnis zu Microsoft Office-Produkten oder eben speziell Microsoft Excel. Eigentlich was, was jeder irgendwie, weiß nicht, ich kann mich erinnern, dass ich selbst in meiner Schulzeit schon irgendwie Microsoft Excel gelernt habe. Und das ist bei mir schon eine ganze Weile hin. Ich bin mir sicher, dass das heutige Schulsystem vermutlich da sogar noch stärker schon die Kinder frühzeitig in die Richtung irgendwie schult. Das heißt, es ist jetzt wirklich kein irgendwie groß spezielles Wissen, was man jetzt irgendwie mega aufwendig sich aneignen kann, muss, sondern das ist, würde ich mal behaupten, relativ leicht und simpel, ohne allzu großen Aufwand, wie jedermann möglich. Daher stell dir doch mal die Frage, welche Fähigkeiten hast du eigentlich und ja, woraus könntest du deinen Millionen Business erstellen? Was hast du eigentlich für Möglichkeiten? Was kannst du und was kannst du davon nutzen? Und natürlich ebenfalls ganz wichtig, was ich hier nochmal sage, Reichweite, Reichweite, Reichweite. Die ist einfach unglaublich wichtig. Je mehr du davon hast, desto besser kannst du skalieren, desto mehr kannst du auch verkaufen. Ja, du brauchst Unterstützung bei deinem Online-Business, dann melde dich doch einfach für unseren kostenlosen E-Mail-Kurs an. Den Link findest du unten an dem Video. Das war es für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.